Die Ferienmesse im Rahmen der CFT-Freizeitmessen bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Vom 11. bis 13. März dreht sich in Messehalle 1 alles rund um die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit. Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen, Reiseliteratur, Zubehör und Informationen rund um das Thema sanfter Tourismus stehen dabei im Fokus. Das Besondere in diesem Jahr? Mit ESL Education ist zum ersten Mal ein Sprachreiseanbieter vertreten. Hier erfahren Messebesucher, wie man seine Fremdsprachenkenntnisse im Urlaub auf- und ausbauen kann. Am Stand des Alpenvereins geht es für Schwindelfreie hoch hinaus. Hier können Kletterbegeisterte einen fast 8 Meter hohen Turm erklimmen. Zudem informiert der Verein auch rund um den Klettersport. Lassen Sie sich inspirieren auf der Ferienmesse im Rahmen der CFT-Freizeitmessen in Freiburg.